Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Mega Man. Wir sind immer noch bei unserem Klon und mit am Start. Für mich wieder ist dieser behinderte schwarze Milfanta. Ja, auf einmal... Warum springt der denn auf einmal nicht, der Typ? Nee, weil jetzt läuft er in mich rein. Okay, alles klar, verkackt. Was? Ja, hallo? Ist nur ein Sohn. Ach komm, ich lad einfach, da bin ich schneller. Ey, f*** dich! Oh, du Wuhren. Nein! Nein! Scheiße. Oh, der hält so viel aus, der Huren. Oh, der war, was hält der denn so viel aus? Ich glaub's nicht. Und dann springt er nicht hoch. Ich f*** ihn immer so über die Hälfte runter und dann, nein, und dann, dann war ich so, hey, komm, jetzt f*** ich dich. Nein, ich bin in ihn reingelaufen. Nein! Nein! Scheiße! Jetzt hätte ich ihn fast gecatcht, Alter. Alter! Du Huren. Ich hätte weiterlaufen sollen, anstatt laufe ich zurück, Alter. Ich hätte ihn gehabt. Nein! Nein! Oh nein! Nein! Was? Jetzt fängt es erst an, richtig lustig zu werden hier. Oh. Oh nein! Du Huren. Oh. Du Huren. Bastard. Kack. Batschack. Mega Kopf. Mist. Batschackack. Ja, Batschackack. Ah! Nein! Er hatte noch einen Balken! Nein! Ich laufe weg anstatt zu schießen! Bin ich denn kacke? Nein! Ah! Scheiß! Doch die Wandern, Alter! Gegen Batschaktak! Ich habe jetzt schon fast gedacht, ich kriege den Flawless, Alter! Ich habe ihn geschafft, Alter! Ich habe nur zwei Mal Hits bekommen, Alter! Du Hurensohn! Habe ich dich gefickt, du Bastard! Mittelfinger 1 A Schlechle! Okay! Wer war das? Was sollte das? Hallo? Was machst du in meiner Aufnahme und wer bist du? Oh, jetzt ist bestimmt der Steintipp! Erstmal speichern! Oh, es regnet! Nice! Weiter! Ich mag Alec Man! Alec Man! Ich hab' das! Es war' das! Ich hab' was, was ich weiß! Nicht so! oder was ist das warum ist alles blau auf einmal hintergrund das sind frise die eis pengus nein nein da ich hab ihn doch schon alter schwede warte das ist jetzt eisman oder was bist du denn für ein roboter weiter wie soll ich den jetzt besiegen ich hab keinen grab mehr keine steine mehr zum grabben also jetzt ist er pink hä warte 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 hm jetzt sind die steine auch noch weg in dem raum lol wie komm ich denn gegen den an mit eis vielleicht ne da ist jetzt so rorsch das dürfte alec mann sein ne äh ups vielleicht mit ner bombe ja mit ner bombe lol jetzt ist er jetzt ist er lila oh nein ne ne mit standard vielleicht ach einfach mehrmals drauf schießen ach so shit was ist gegen die bombe gut ah ist er lila ne nein ich bin reingesprungen scheiß doch die wandern ok jetzt bin ich wieder hier alles klar einfach durchjumpen einfach hopp durch alles klar bin ich durch hopp runter einfach zack einfach runter einfach durch scheiß drauf nice jetzt brauche ich hier nein äh 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 lag man äh 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 nein huah so jetzt habe ich wieder drei äh äh viermal die steine jetzt speicher ich hier alles klar blackmail fanta ok jetzt habe ich die hälfte schon down den schaffe ich nicht mehr shit äh vielleicht sollte ich am anfang normal schießen wo er noch langsam ist und wenn er schnell wird soll ich die steine nehmen ja da hat er hat er die hat er die ja es ändert sich ja was effektiv ist ändert sich glaube ich je nachdem wie er kommt mit was für eine farbe die hier ins battle reinsteine bin ich kacke ok das hilft schon mal nix laden wir nochmal neu ok was heißt später ups normaler oh ich drücke immer die falsche taste für dieses kacken menü findest du oja 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 fick dich doch fh fh ja wahrscheinlich kommt er immer von woanders uhrensohn hier mache ich doch zuerst die steine hey warum du wichser so jetzt ist er rot jetzt denke ich mal das ich habe keine ahnung wann was wirkt gegen den ich trinke mal die falsche klopfen also ich weiß auf jeden fall kann sie noch mit bomben besiegen dachte ich zumindest erst mal die bombe es ging zumindest halt jetzt speicher ich erstmal dann habe ich nämlich die hälfte schon mal weg von dem bastard alles klar aber ich verstehe nicht was aufzeigt